Hallo und herzlich willkommen bei Betriebsrat TV. Hallo Internet. Ich habe diese Woche so eine kleine Umfrage gemacht bei Facebook. Und zwar wollte ich doch einmal hören, wie viele Betriebsräte, die diese Umfrage gesehen haben, ihre Mindestfreistellung nach § 38 Betriebsverfassungsgesetz ausnutzen. Also die pauschale Freistellung für Betriebsratsmitglieder. Genau. Also ab einer Betriebsgröße von 200 Mitarbeitern durchschnittlich hat man eine bestimmte Anzahl von Betriebsräten freizustellen. Je größer der Betrieb, je mehr Mitarbeiter dort sind, desto mehr Mitarbeiter sind für die Betriebsratsarbeit pauschal freizustellen. Höchstens bestimmt auch? Nein, mindestens. Ach so. Da steht im Gesetz mindestens. Weil in sehr vielen Betrieben geistert ja die Vorstellung, dass wenn da steht, ab 200 Mitarbeitern ist einer freizustellen, dass nur der Bärarbeit machen darf. Und alle anderen nicht. Und die anderen dürfen bestenfalls zur Sitzung kommen. Genau. Was für ein Quatsch. Ja, und das würde zum Beispiel erklären, wie auch das Ergebnis jetzt ausgefallen ist bei der Umfrage. Also ich habe es befürchtet und es hat sich bewahrheitet. Knapp über 50 Prozent, ich weiß nicht, 57 glaube ich, 57 Prozent der teilnehmenden Leute, das waren 118, haben gesagt, ja, wir nutzen das voll aus und 47 haben gesagt, nö, oder gar nicht, oder teilweise nur. Es steht nicht überall im Betriebsverfassungsgesetz immer drin, was man haargenau machen muss. Ja, mit Methode auf muss. Aber in Paragraph 38 steht das drin. Ab einer bestimmten Betriebsgröße zum Beispiel von 200 bis 500 Mitarbeitern ist ein Mitarbeiter von der Arbeit mindestens freizustellen. Das heißt, wenn ich das nicht mache, verstoße ich gegen das Gesetz. Richtig. Und da gilt nicht, ja, aber bei uns ist nichts zu tun, oder? Ja, da sagt mir Bescheid, da möchte ich bei euch anfangen zu arbeiten, ehrlich. Ja. Kann ich pauschal sagen. Oder dann verursachen wir doch so viel Kosten für den Arbeitgeber, was ich immer wieder höre. Ja, das geht nun gar nicht. Ich hatte jetzt gerade wieder so einen Fall, deshalb bin ich auf die Umfrage gekommen, weil eben jemand darauf angesprochen hat, er würde ja sich gern freistellen lassen. Aber da war das Gremium der Meinung, nee, das reicht doch. Wir haben doch einen Vorsitzenden so freigestellt. Wir hätten zwar Anrecht noch auf zwei weitere Freistellungen, aber müssen wir ja nicht tun. Brauchen wir nicht. Oha. Da schießen einem die Tränen. Ja, da muss ich wagen. Ins Gesicht, du. Aber wirklich. Also, bei der nächsten BR-Sitzung bitte alle mal das Betriebsverfassungsgesetz aufschlagen auf Paragraph 38 Betriebsverfassungsgesetz. Und laut vorlesen mit verteilten Rollen. Mit verteilten Rollen. Und dann, einer kriegt die Aufgabe, einmal den aktuellen Stand zu fragen, wie groß ist eigentlich unser Betrieb. Und dann vergleicht man die Zahlen, die man gesagt bekommen hat, wie viele Leute gerade arbeiten hier im Betrieb und wie viele Leute freigestellt sind. Und wenn da eine Diskrepanz existiert, dass zu wenig freigestellt sind, dann macht ihr das gleich für die nächste Betriebsverfassungsgesetz, dass ihr da eine Wahl auf die Tagesordnung raufsetzt. Weil es muss sein. Da gibt es keine Diskussion drüber mit, oh, ist so teuer. Ja, ich kann das mit den Kosten nicht mal hören. Ja. Ist es noch kein Betrieb kaputt gegangen, weil er Betriebsräte besetzt hat? Nein. Noch kein einziger? Behaupte ich? Nein. Maximal, weil der Arbeitgeber so ein Idiot ist, dass er sagt, ich kann es mit meinem Ego nicht vereinbaren, dass hier Betriebsräte sind. Da lasse ich lieber meinen Betrieb sterben. Und dann, wenn das tatsächlich der Fall ist bei so einem Arbeitgeber, dann muss ich auch sagen, wahrscheinlich ist es dann auch für das Bessere, weil der Mann ist nicht geeignet, ein Unternehmen zu führen. Ja, da kenne ich mehr. Lass uns mal die Vertiefnisse sehen. Aber wir wären nicht Betriebsrat TV, wenn wir nicht einfach noch was dazu zu sagen hätten zum Thema Freistellung, weil wir sind gar nicht so die Freistellungshengste nach Paragraph 38. Das geht uns sowas am Moors vorbei. Also, klar, die Mindestfreistellung muss sein. Ja? Aber... Man nimmt sie auch in Anspruch, weil es schön einfach ist. Es ist schön einfach und es ist vom Gesetz vorgeschrieben. Aber es gibt kein Gesetz, das dann diese Freistellung automatisch an den Vorsitzenden geben muss. Nein. Nein. Es gibt ja noch zwei weitere Varianten, wie man zur betriebsredlichen Arbeit kommt. Ja. Das können wir mal kurz erklären. Es gibt ja noch die Variante, wenn der Betriebsrat irgendwas Größeres plant, meinetwegen die BV auszuarbeiten, dass der Betriebsrat auf einer Sitzung beschließt, dass die Betriebsratsmitglieder X, Y, Z für den Zeitraum von bis freigestellt werden. Komplett von der Arbeit freigestellt werden. Genau, um an diesem Thema zu arbeiten. Genau. Und dann teilen wir das schön dem Arbeitgeber mit, wenn man das beschlossen hat. Und dann sind die dann freigestellt. Ja. Aber die eigentliche Freistellung ist ja die, dass jedes PR-Mitglied sich selber freistellen kann, wenn die betriebsredliche Arbeit erforderlich ist. Und wer entscheidet das? Das entscheidet nicht der Arbeitgeber, das entscheidet nicht das Gremium, sondern das entscheidet der BR selber. Ne? Ja. Und dann setzt er sich den BR-Hut auf, geht zu seinem Vorgesetzten hin und sagt, du, ich mache jetzt BR-Arbeit, voraussichtlich bis. So. Und dann macht man BR-Arbeit. So einfach ist das. Das ist die goldene Freistellung. Weil daran kann man sehen, ob ein Betriebsrat ein Betriebsrat ist. Wenn er in der Lage ist, zu seinem eigenen Vorgesetzten zu gehen und zu sagen, ich mache jetzt BR-Arbeit. Und aus dem Grund, ja, haben wir vorhin das gesagt mit, die pauschale Freistellung muss sich an den Vorsitzenden gehen. Der Vorsitzende, der wird ja wohl schon so groß sein, dass er das auf jeden Fall sagen kann, dass er sich freistellt. Und dann hat man jemanden, der sich zum Beispiel um die ganze Bürokram kümmert, die Briefe, die allgemeinen Scheiß. Vielleicht lohnt es sich vielleicht sogar darüber nachzudenken, ob das nicht jemand ist, der im Betriebsausschuss ist. Und der BR-Vorsitzende, der stellt sich zusätzlich eben frei, weil er ein großer Junge schon ist oder eine große Frau. Ja, und der Stellvertretende auch, wenn es erforderlich ist. Also das entscheidende Kriterium ist immer die Erforderlichkeit. Das kann auch passieren, dass man das mal nachweisen muss, aber niemals, never ever gegenüber dem Arbeitgeber, sondern nur gegenüber dem Arbeitsgericht. Genau. Der Arbeitgeber darf das gerne anzweifeln, dass das erforderlich ist. Ja, darf er gegenüber dem Arbeitsgericht anzweifeln. Und dann weiß das der Betriebsrat dann gegenüber dem Arbeitsgericht nach, dass das erforderlich war. Und wenn man in der Vergangenheit immer ganz viel Ärger mit dem Arbeitgeber hatte, dass der vielleicht zum Beispiel einzelne Betriebsratsmitglieder mit Abwarnung überschüttet, dass der Betriebsrat immer wieder irgendwelche Widersprüche formulieren muss, dass er vielleicht nach § 23 verschiedene Verfahren einleiten musste, diverse Male in die Einigungsstelle gehen musste, dann wird ein Arbeitsgericht sehr schnell sehen, oh ja, da ist ganz viel mehr Arbeit zu machen. Und das ist erforderlich. Und wie das geht, haben wir eben aus eigener Hand erfahren. Wir hatten neuner Betriebsrat, ja. Eine Dame, die unsere Büroarbeit gemacht hat, die hatte die Freistellung. Der liebe Jens als Vorsitzender hat sich immer brav selber freigestellt. Ich als stellvertretender Vorsitzender habe mich auch immer freigestellt. Und zwar zu 90, 95 Prozent. Alter, du warst fast zu 100 Prozent. Zum Schluss, die letzten anderthalb Jahre, definitiv, ja. Da waren wir, das waren schon drei und uns stand eine pauschale Freistellung zu, ja. Und wie viele waren noch weiter freigestellt? Ja, mindestens zwei oder drei weitere, aber Minimum. Ja. Ja. Also wir hatten einen einzigen, der mehr nicht Bearbeit gemacht hat als Bearbeit. Ja. Ja, das war auch der vom falschen Lager. Und alle anderen haben ganz überwiegend Bearbeit gemacht oder ausschließlich Bearbeit gemacht. Und wenn der Arbeitgeber, der kommt natürlich und sagt, oh, tut das der Not, so viel Betriebsratarbeit. Dann sagt man ihm, mach uns weniger Arbeit, dann gibt es auch weniger Freistellung. Ja, dann kannst du ihm einfach sagen, halte dich doch bitte an das Gesetz. Ja. Dann haben wir alle nichts mehr zu tun, dann gehen wir nach Hause. Ja. Ja. Ach so. So, nochmal, wir fassen uns hier bei den Händen und wiederholen nochmal, wir als Betriebsräte sind dafür da, dass wir darauf achten, dass die Gesetze im Betrieb eingehalten werden. Und dann halten wir natürlich auch selber die Gesetze ein und stellen uns nach Paragraph 38 Betriebsverfassungsgesetz so viel Betriebsräte pauschal frei, wie es dort vorgeschrieben ist. Plus die zusätzliche Freistellung, die auch noch benötigt werden. Besser ist es aber, wenn die Mitglieder sich selber freistellen, weil das auch ein bisschen einen erzieherischen Wert hat, sich mal eine Haltung zu zeigen, auch nach außen hin. Gut. Hast du noch was? Nein. Dann war es das, dann wünschen wir euch alles Gute, bis zum nächsten Mal und tschüss.